ich bin leider nicht mehr in den einen hier ich habe ja einen Moped da da Headshot, Double Headshot selbst da oben ist er denn das ist doch eine konntest zu rekrutieren der gott haben viele abgab ich hab ihn und hat eine goldene ja eine kulte gehabt die da hat sie ganz gleich so haben will meine 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 1 1 2 1 2 2 2 auch hin am feuerbogen so viel gegner bei euch du wirst du wirst da hinten wird's brennen, ich zünde jetzt alles an ich habe einen Feuerbogen nein, ich habe einen Explosionsbogen ich habe einen Hammer Hauptsache, du siehst schon überall alles das ist genau ein Team ah, da sind sie oh, das sind wirklich Bots, ne? echt jetzt? oh, gutes Aim einer liegt flach von denen zweiter liegt flach dritter liegt flach Digga, wir treffe ich den nicht oh, der habe ich auf sie liegt Junge, ich komme an und die haben gewonnen wie sauber ey, ich habe nur 23 Kills, Digga ich habe nur 23 Kills nur was willst du denn? mach die... okay sowas ist ja kein Neustart ich hole dir jetzt einfach wieder ja, das wird eng du sagst, der Bot du sagst, der Bot danke wir sind so gut, da wird selbst der Schnee blass was? wir sind so gut, da wird selbst der Schnee blass ja, ich weiß ja, ich weiß, habe ich wahrscheinlich ja, du hast mich in die Zone reingeschubst oh, Entschuldigung da stand ich auf der Agenda, Dig episch! aber das stand auch im Plan ja, zum krönenden Abschluss doch mal einen epischen Sieg geholt ja, jetzt machen wir aber tatsächlich Feierabend Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts Turnbeutel Hoodies und vieles, vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles, was ihr braucht